Das heißt, gehe ich schlafen, gehe ich langsam in die Biber. Morgen 46 Uhr aufstehen. Ich tue mein Handy jetzt dann langsam aufs Seite, da wo es hin wird. Wenn ich Geld durchsparen, das habe ich in der Woche nichts mehr. Morgen kaufe ich so 97 Dozenten einen Becker. Der muss auch gekauft werden, dass man pünktlich aufsteht und nicht fesch. Verschlafen tut. Das mache ich. Leider bin ich zwei Wochen im Geburtstag. Ich bin 44. Ein Jahr alter, ein Jahr dummer. Und ich mag meine Fronten. Ich mag nicht, wenn es runterkrießt und jeder sich dem Leben benimmt. Bis jetzt bin ich kein gutes Wett. Ich danke, ich bin fertig. Guten Abend.